Also nicht, dass ich sonst wirklich allzu viel anders mache, aber zur heutigen Vorgehensweise. Wie eigentlich immer entsteht dieses Video in einem ungeschnittenen, rohen Take. Das ist normal. Aber umso mehr wie sonst auch, muss ich heute betonen, dass er brutal ehrlich wird. Einfach weil ich der Meinung bin, einige Sachen müssten hier ein wenig klargestellt werden. Und deswegen kurze Anmerkung vorab. Ja, ich wurde von Doogie angefragt, ob ich das Doogie Mix 2 testen will. So weit, so gut. Allerdings, die Art und Weise war meiner Meinung nach völlig daneben. Denn direkt danach fragten sie mich, ob ich einen positiven Test machen könnte, ein Unboxing und irgendwelche weiteren Feature-Videos, um das Gerät zu pushen. Und das ist meiner Meinung nach nicht nur unethisch, das ist ein absolutes No-Go. Und deswegen verstehe ich auch, wieso manche Leute mittlerweile das Gerät eben Doogie nehmen. Also die Marke, was so vielleicht wie zwielichtig, anstatt eben Doogie oder auch Doogie. Und deswegen verstehe ich auch jetzt umso mehr, wieso ich letztes Jahr schon ein Problem mit dem Doogie Mix 1 hatte. Denn wirklich sehr, sehr große YouTuber haben sich das Gerät angesehen und einen Test, kann ich das nicht wirklich nennen, veröffentlicht von einem Gerät, das sie sonst nie eines Blickes würdigen würden. Und wie viel Geld da geflossen ist, will ich gar nicht wissen. Aber anders kann ich mir das einfach nicht vorstellen. Und naja, jeder muss sein Gerät pushen. Aber die Art und Weise hat mir einfach nicht wirklich gefallen. Und das zweite Problem, das ich zum Beispiel jetzt mittlerweile habe, ist, nachdem ich den Test von Dave2D oder Dave Lee gesehen habe. Ich weiß nicht, ist ein US-YouTuber, falls ihr den kennt. Und zwar sagte dieser in seinem Test, es handelt sich um ein wirklich super AMOLED-Display. Und ja, das ist absolut nicht korrekt. Das ist nicht richtig. Allerdings dazu noch ein wenig mehr später im Display-Part. Kommen wir jetzt erstmal zur Verarbeitung und dem Design. Und hier muss ich einfach sagen, rein von der Verarbeitung muss ich sagen, sogar super Arbeit gemacht. Denn extrem solide fühlt es sich hier auch absolut robust an. Und ja, es nimmt Fingerdrücke auf, Front als auch Rückseite. Beide hatten allerdings ab Werk einen Screen-Protector drauf. Ich nahm diesen ab, einfach um zu sehen, ob wir eine ölerweisende Beschichtung haben. Und ich würde sagen, die ist okay, denn es lässt sich relativ leicht putzen. Und es fühlt sich auch gut an. Und speziell eben im Vergleich zu Gorilla Glass 5 fühlt sich das nicht wie Plastik an. Also gefällt mir eigentlich recht gut. Es ist zudem auch noch relativ noch leicht zu halten. Wobei, jetzt größentechnisch, im Vergleich hier zum Beispiel mit dem Xiaomi Mi Mix 2, das auch ein 6 Zoller ist mit 2 zu 1, seht ihr schon. Es ist deutlich länger und ich versuche, das hier gleichmäßig zu halten. Aber zumindest sogar schmaler, denn das Mi Mix 2, also das Xiaomi Mi Mix 2, hat ja relativ breite Seitenränder. Von der Dicke her auch ein wenig größer, einfach weil der Akku größer ist. Ansonsten recht schöne Übergänge. Fühlt es sich extremst hochwertig an, einfach weil es so eine hohe Gewichtung hat. Das muss ich anmerken. Mit knapp 220 Gramm ist das hier extrem schwer. Das wird wahrscheinlich vielen Leuten sauer aufstoßen. Ich mag zwar dieses Premium Heft, wie ich es gerne nenne, aber das ist echt schon fast ein Stück zu viel. Ansonsten noch die Tasten. Das ist verarbeitungsrechtlich nicht ganz so gut, denn diese sind fast ein wenig zu flach und definitiv ein bisschen schwammig. Also mir fehlt hier definitiv ein bisschen Feedback. Fingerabdrucklaser, muss ich sagen, hatte ich jetzt keine wirklichen Probleme. Also es ist jetzt nicht der schnellste. Definitiv nicht. Und eure Hände sollten auch trocken sein. Aber bei ganz normaler Benutzung hat er okay funktioniert. Ihr seht schon, es ist okay. Steht natürlich hervor, inklusive den zwei Objektiven oder den zwei Linsen. Wobei diese ja absolut fake zu sein scheint. Also die macht gar nichts. Die zwei LEDs. Dann hätten wir DualSIM mit SD-Karte. Allerdings ist es eben ein Shared-Slot. Das heißt, ihr könnt nicht zwei SIMs und SD-Karte nutzen. Links gibt es nichts. Unten USB-Typ C. Links der Lautsprecher. Rechts das Mikro. Tasten selbst sind okay. Positioniert ein bisschen hoch, aber das geht in Ordnung. 2 zu 1 eben und mit meiner Meinung nach noch völlig in Ordnung gehenden Rändern. Das ist okay. Denn ihr habt schon gesehen, es ist immer noch schmaler als ein Mi Mix 2. Natürlich ist es allerdings ein sehr langes Gerät. Hat hier noch zwei Linsen. Benachrichtigungs-LED. Keine kapazitiven Tasten, sondern eben On-Screen-Tasten. Von daher muss ich sagen, es fühlt sich extrem hochwertig an. Und vom Design finde ich es gar nicht schlecht. Also hier kann ich nicht mal meckern. Aber jetzt kommt der Part, wo ich einfach meckern muss. Es geht um das Display. Denn Dave2D, Dave Lee, sagte in seinem Test, und ich kann das absolut nicht nachvollziehen von so einem großen YouTuber, sagte, und es stand sogar auf dem Display, es wäre ein AMOLED-Display, ein wirklich hervorragendes. Aber es ist kein AMOLED-Display. Und ich muss das jetzt einfach nochmal kurz aufwärmen, wobei die Kommentare jetzt eben hier in Englisch sind, aber einfach zu der Stellungnahme. Ich fragte, wie kannst du es ein AMOLED-Panel nennen, es ist absolut keins. Und er sagte, also grob übersetzt, wirklich nicht. Also allein, dass er mich schon fragt, obwohl er das Gerät getestet hat, fand ich schon ein wenig komisch. Aber er sagt, natürlich ist es nicht so gut wie ein Note 8 Display, aber das Schwarze ist absolut pechschwarz und so weiter. Dann sagte ich, er soll es nochmal checken, denn es weist absolut IPS-Glow auf. Und das zeigt eben, dass es ein IPS-Display ist und so weiter und so fort. Dann sagte er wieder, er hat sich ein wenig mehr Zeit genommen. Und das kann ich schon absolut nachvollziehen, sagte er, und dass die Display, also die Panel-Charakteristik absolut dem Doogie Mix 1 ähnelt. Und deswegen wirkt es für ihn wie AMOLED. Die Farben sind zu übersättigt, um ein IPS-Display zu sein. Und hier muss ich einfach sagen, das ist einfach komplett BS. Denn ein IPS-Panel kann genauso übersättigt sein wie ein AMOLED-Panel. Und ein AMOLED-Panel kann genauso akkurat eingestellt sein wie ein IPS-Panel. Allerdings bevorzugen das die Marken nicht. Denn wenn man ein IPS-Panel hat, mittlerweile allerdings auch, übersättigt man es ein wenig, einfach weil es leichter oder schöner anzusehen ist, aber es geht natürlicher. AMOLED-Panel habe ich auch schon akkurat gesehen. Und nur weil es eben ein wenig übersättigt ist, heißt das noch lange nicht, dass es ein IPS-Panel ist. Und dann eben meine nächste Antwort, ob er nochmal bei 45 Grad geprüft hat. Und er sagte, ja, absolut nichts an IPS-Panel zu sehen. Pitch Black, wie er es so gerne nennt. Und ich sagte, tja, das finde ich komisch, denn ich sehe das hier. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass das Display schlecht ist. Denn es ist wirklich ein sehr gutes Display in dieser Preisklasse. Und ich habe hier auch nichts zu bemängeln. Aber ich kann einfach nicht die Sache so dastehen lassen, dass ein YouTuber mit einer Million Subscriber oder Abonnenten so einen Stuss erzielt. Denn das Display ist wirklich schön. Die Blickwinkel sind okay. Maximale Helligkeit mit 420. Looks allerdings nicht wirklich so gut. Weißabstimmung müsste auch ein wenig ändern. Ich glaube, ab Werk war es zu warm. Ich habe es ein bisschen kühler gestellt. Ist das Display absolut okay. Aber wie eben ein so großer Kanal ein IPS-Display nicht von einem AMOLED unterscheiden kann, ist mir absolut ein Rätsel. Denn ihr müsst einfach nur irgendwas Schwarzes nehmen und dann 45 Grad angucken. Und sobald ihr hier eine Erhellung seht, ist es ein IPS-Panel und eben kein AMOLED. Das ist hier der Fall. Allerdings kameratechnisch ist jetzt hier nicht wirklich zu sehen. Muss ich einfach sagen, schwerst enttäuscht. Und da frage ich mich eben, wie viel man auf solche Tests von solchen Leuten noch geben kann. Aber abgesehen davon kommen wir jetzt mal kurz zum Lautsprecher. Also um mich hier kurz zu fassen, der Lautsprecher ist nicht wirklich allzu gut. Er könnte lauter sein. In den meisten Fällen war es okay. Aber er klingt relativ blechern. Er klingt relativ hohl. Einfach nicht gut. Er ist nicht ausbalanciert. Gar nichts. Also er tut den Job gerade so. Aber das war es dann auch. Kopfhörerausgang gibt es nicht. Dafür braucht ihr den Dongle. Der ist allerdings auch noch recht steif. Und dann bekommt ihr ein okay Kopfhörer-Erlebnis. So, wie sieht es jetzt mit der Leistung aus? Beenden wir mal alle Apps. Das macht man hier unten. Und starten Sie mal. Und dann muss ich sagen, eben in ganz normaler täglicher Benutzung ist das Gerät eigentlich okay. Es ist jetzt nicht extrem schnell. Wobei ich noch kurz zu einer Sache zuerst kommen muss. Das wäre der Leistungsmodus. Denn es gibt den hohen Leistungsmodus und den ausgeglichenen Modus. Ich habe es einfach aus Erfahrung von anderen Geräten mit dem P25 im hohen Leistungsmodus genutzt. Denn auf die Akkulaufzeiten hat das jetzt keinen großen Einfluss. Aber die Leistung ist nochmal besser. Und ich würde eigentlich sogar sagen, im Alltag, bei ganz normaler Nutzung, ist das in etwa, wenn nicht sogar leicht flüssiger als ein 625. Aber eben nicht so konstant. Also wie ihr schon seht, es gibt öfter mal ein paar Phasen, wo es ein bisschen ins Ruckeln kommt. Und gerade eben, wenn das Display kurz steht, kommt es mir vor, als ob der Prozessor ein wenig runter taktet, um Energie zu sparen. Und dann eben wieder kurz einen Moment braucht, um wieder hochzukommen. Also bei normaler durchgehender Benutzung fühlt sich alles sauber an. Aber mir kommt es immer so vor, als ob man kurz mal wieder runter taktet und dann eben hochtaktet und das eben nicht so flüssig packt. Von daher, rein von der Flüssigkeit. Ungefähr würde ich sagen 625er Niveau. Aber es gibt keinen sehr gut von mir einfach, da ich hier eine Differenzierung halten will zu dem 625, 626 und 630. Er ist einfach im Allgemeinen nicht ganz so. Wobei jetzt mit 60 GB RAM ist das Multitasking auch völlig okay und so. Und mehr will ich dazu nicht sagen. Es ist ein solider Performer, ein richtig guter. Und für die meisten Leute, die einfach ihre Sachen erfüllt haben möchten, in dem Preisbereich eigentlich noch richtig gut. Spielleistung ist auch okay, da muss ich nicht zukommen. Zum Akku. So, volle Ladung. Dank eben nicht Quick Charge liegt es bei knapp über drei Stunden gemessen. Genau habe ich es jetzt allerdings nicht, fand ich nicht nötig. Denn ich muss sagen, bei einem 4000, ich glaube 60er Akku, ist die Akkulaufzeit zwar immer noch großartig für meine Verhältnisse, aber eben anhand der Größe des Akkus müsste es noch größer sein, noch besser sein. Denn was ich ungefähr geschafft habe, war so 5,5 bis 6,5, so im Schnitt würde ich sagen 6 Stunden bei mobilen Daten und dann so ungefähr 8 Stunden unter WLAN. Und das ist ein großartiger Wert. Das habe ich so in der Vergangenheit so verteilt, die Wertung. Das gibt es auch jetzt. Die meisten Handys allerdings schaffen das, zumindest die effizienteren mit einem 3000, knapp über 3000 Akku. Also einfach dadurch, dass der Snapdragon, das Helio 25, P25, nicht ganz so effizient ist, braucht ihr einfach einen größeren Akku. Lässt sich nicht verschweigen, ist einfach so. Aber es passt, Standby verbrauchbar okay und da gibt es auch sonst nichts zu meckern. Und jetzt kommen wir kurz zur Software. Denn, ganz normaler Draw. Seht ihr hier schon die Schnelleinstellungen. Verhält sich irgendwie bei Stock Android, sieht allerdings jetzt ein bisschen anders aus. Wobei es nicht mehr so extrem aussieht, wie noch bei dem Doogie Mix 1, soweit ich das beurteilen kann. Wir haben auch 7.11. Ich bekam auch in der knapp zwei Wochen, in der Woche, in der ich es hatte, auch schon zwei Updates. Also auch nicht schlecht. Zu den extra Features gibt es jetzt nicht allzu viel zu sagen. Also ihr könnt zum Beispiel die Tastennahme erändern. Ihr habt noch, ihr seht schon, nicht wirklich alles übersetzt. Also One-Handed Mode ist nicht übersetzt. Fast Capture, also ein paar Übersetzungen, ja, Schwachstellen gibt es auf jeden Fall. Ihr habt zum Beispiel mit drei Fingern, könnt ihr ein Screenshot machen. Auch Double-Tap zum Beispiel hier auf dem Home, also schaltet dann das Display aus. Und soweit, so gut. Ihr bekommt eigentlich alle nötigen Features. Und auch wenn es jetzt nicht ganz nach Stock Android aussieht, verhält es sich relativ stark danach. Wie es jetzt allerdings auf lange Hinsicht mit Updates aussieht, kann ich nicht beurteilen. Ich habe noch nie so ein China-Handy wirklich längerfristig getestet. Aber soweit, so gut. Und deswegen, deswegen, deswegen kommen wir kurz mal zur Kamera. Software selbst, muss ich sagen, ist nicht ganz so toll. Denn hier könnt ihr zum Beispiel jetzt den Blitz ausschalten oder ihn einschalten. Hier könnt ihr den einen einzigen Modus auch suchen. Also extra noch HDR oder die Einstellung ändern. Wobei ihr hier, wie ihr schon sehen könnt, auch nicht viel habt. Gerade bei Video eben, jetzt ganz kurz, 1080p. Das ist auch das Maximum. Höher geht es nicht. Frontkamera sogar nur 27p. Gibt es dann eben Foto, Face, Beauty, Blur, Panorama und Pro. Wobei das jetzt absolut rudimentäre Optionen sind. Da muss man nicht viel mehr dazu sagen. Und deswegen jetzt mal kurzer Blick auf die Kameraergebnisse selbst. Und gerade bei den Selfies, muss ich sogar sagen, mit der Hauptkamera, das ist richtig gut. Ein bisschen dunkel, allerdings aufgrund der dunkleren Lichtverhältnisse. Es wirkt ein bisschen zu dunkel. Aber das war es dann auch schon. Ansonsten, es gibt noch eine White Lens, also eine weitere Linse. Und ja, die seht ihr schon, qualitativ hat nichts mit der Hauptlinse zu tun. Deutlich verschwommener, deutlich weicher. Auch von den Farben her falsch. Also die kann ich absolut nicht wirklich empfehlen. Die normale ansonsten geht, wie ihr hier schon sehen könnt, in den meisten Situationen liefert das gute, scharfe Bilder. Also das muss ich sagen, hat mich überzeugt. Natürlich innen jetzt mit weniger Licht nicht mehr so. Da seht ihr schon, da verliert ihr deutlich an Qualität. Noch mehr eben mit der Weitwinkellinse. Ja, Weißabgleich passt ja auch nicht so gut. Aber ansonsten, okay. Zum Video komme ich später noch. Ganz kurz mal durch. Lowlight. Ja, wie ihr schon sehen könnt, es ist so ein komischer Schleier immer über das Bild. Also mit Blitz geht es. Aber dieser komische Weichstuhr, und ich habe die Linse geputzt, also daran kann es eigentlich nicht liegen, sind die Kameraergebnisse, wie ihr hier schon sehen könnt, sehr, sehr wankelmütig. Also gut ist was anderes. Es reicht aus. Und ja, bei guten Lichtwellen geht. Mono, wie schon gesagt, also ich glaube nicht, dass es die zweite Linse irgendwas macht. Ansonsten draußen bei Okay-Licht, also es war nicht das beste Licht, könnt ihr, je besser das Licht ist, aber trotzdem maximal vielleicht, würde ich sagen, ordentliche Bilder erreichen. Mehr ist es einfach doch nicht. Der Autofokus geht in Ordnung eigentlich, auch die Shuttergeschwindigkeit. Aber die Bilder, ja okay, also wie schon gesagt, hier, Porte-Modus, vergesst ihn komplett. Denn das ist ein Software-Technischer, die zweite Linse macht nichts, ist wahrscheinlich nicht mal eine echte. Ja, die Bilder sind okay, aber auch nicht. Und ihr braucht auch wirklich gutes Licht, denn ihr habt es schon gesehen, sobald das Licht weg ist, bricht hier alles ein. Ansonsten hier noch so zu sehen, ja. Okay. Kommen wir mal ganz kurz noch zu den Videos. Hier mal jetzt die Frontkamera innen. Ja, also wirkt recht zittrig. Farben wirken sehr, sehr blass und falsch, auch nicht scharf, denn eben bei 720p ist auch das Mikro jetzt nicht wirklich so besonders. Können wir das beenden? Außen sieht die Sache leider auch nicht wirklich besser aus. Da sieht es dann zu warm aus. Also mit dem Weißabgleich hat es die Kamera nicht. Sie ist auch sehr, sehr nervös, zittrig, nicht die schärfste. Und das gilt auch so für die Hauptkamera. Das seht ihr hier jetzt schon. Und das Pumpen oder das Suchen, das permanente Hunting des Autofokus ist absolut nervig. Ihr seht schon, der springt rein und raus und hat wirklich Probleme hier irgendwas auf die Reihe zu kriegen. Und sobald er die Kamera eben nur ein bisschen bewegt, will er gleich nachfokussieren. Was er nicht mal wirklich so gut besonders hinkriegt, Bildqualität ist nicht top. Also hier muss nicht wirklich allzu viel mehr erwähnt werden. Und deswegen kurz zur Zusammenfassung rein aus dem Kopf, um ein wenig Zeit zu sparen, denn das Video ist sowieso schon viel zu lang. Ich rede auch schon wieder viel zu schnell. Verarbeitungstechnisch, muss ich sagen, gefällt mir die Sache hier wirklich gut. Schön schwer, hochqualitativ. Design geht eigentlich auch noch in Ordnung. Auch das Display, muss ich sagen. Das ist ein sehr schönes Display, wenn allerdings kein AMOLED. Aber anscheinend gut genug, um einen 1 Millionen großen Kanal in das Licht zu führen. Je nachdem, was man eben von diesem Test noch halten kann. Ansonsten Lautsprecher, naja, geht so. Kopfhörerausgang ist okay. Leistung ist eigentlich noch richtig gut. Wäre ein wenig weniger Lag vorhanden, denn der war ein wenig störend. Aber in normalen Benutzungen, die meisten Leute wird es wahrscheinlich gar nicht stören. Eben gerade Leute, die Budget-Handys gewohnt sind. Das passt. Akkulaufzeiten sind eigentlich auch recht gut. Wenn auch eben angesichts der Größe des Akkus. Nicht so gut, wie sie sein könnten, aber da passt alles noch. Software, auch clean und alles. Ist jetzt einfach, und das ist wahrscheinlich offensichtlich, das Problem. Das Nicht-Kauf-Kriterium, das K.O.-Kriterium für alle, die Kamera. Denn die ist im besten Falle auf einem ordentlichen Niveau. Aber in vielen Fällen noch drunter. Und das von dem Preis von, ich habe es schon gesehen, so günstig wie 170 Euro. In der Regel so 200 Euro. Nicht genug. Denn ein bisschen mehr und ihr bekommt ein Honor 7X. Dann habt ihr auch schon 2 zu 1 Display und so weiter. Dann habt ihr bessere Kamera. Akkulaufzeit ist eigentlich sogar schlechter. Außer Display fand ich schlechter. Haptisch fand ich das eigentlich auch ansprechender. Aber es leistet sich einfach keine Ausreißer nach unten, wie jetzt zum Beispiel beim Sound oder bei der Kamera. Also es ist nicht ganz so gut in manchen Aspekten, aber deutlich solider durchweg. Und dann zum Beispiel gibt es noch ein, ein, was war es? Ein Xiaomi Mi A1 zu erwähnen. Gibt es auch für 170 Euro. Deutlich bessere Kamera. Display ist jetzt vielleicht auch nicht ganz so gut, aber Akkulaufzeit ist ja super. Die Leistung ist beständiger. Ihr habt ja komplett Stock Android mit Android One. Auch die Haptik ist gut, wenn auch ein bisschen langweilig ist es sein. Also es ist, muss ich so sagen, auch so brutal ehrlich, wie ich sein will oder auch nicht. Es ist kein schlechtes Gerät. Es ist nicht gut ausbalanciert. Das ist eben für mich sehr wichtig. Denn die guten Qualitäten, wie schon gesagt, sind da. Aber die Ausreißer eben in Form des Lautsprechers und der Kamera eben, das wird wahrscheinlich das größte Problem, wenn die meisten auch allerdings das Gewicht. Denn ich glaube, die meisten Leute haben keine Lust, ein 6 Zoller oder eben eher 5,5 Zoller im 16 zu 9 Format, wenn man das so sieht, mit über 200 Gramm mit sich zu stellen. Das ist schon relativ heftig. Und die Kamera ist eben heutzutage der Seller, der Hauptkaufgrund Nummer 1 für viele Leute. Ich sehe das einfach in den Kommentaren immer wieder. Und dann ist so eine Kamera einfach ein Zeichen, dass man sich nicht genug Mühe gegeben hat. Man hätte ja einfach alles bringen müssen. Dann hätte man lieber vielleicht in irgendwas verzichtet. Wobei, sollte man eigentlich auch nicht. Denn alles so, wie es ist, passt. Und das schlechter zu machen, ist eigentlich nicht nötig. Ist es eben, ja, die Kamera. Und deswegen ganz kurz nochmal zur Sache mit diesen Testern. Das Display selbst kann ja nichts dafür. Aber ich muss mich einfach ein wenig aufregen, weil ich die Art und Weise von Doogie nicht ganz so gut finde, wie man eben große YouTuber anlockt mit. Meiner Meinung nach, anders kann ich mir das nicht erklären, um sich so ein Gerät überhaupt anzugucken. Und die Tests, okay, der Test jetzt von Dave2D im Ganzen war ja nicht wirklich so positiv. Und er hat eigentlich schon davon abgeraten. Aber letztes Jahr noch zum Beispiel bei dem Doogie Mix 1 haben wir so viele große Tester gesehen, die sich das Gerät sonst nie und nimmer im Leben angesehen hätten. Und haben eigentlich keinen Test veröffentlicht. Einfach so ein Art Promotion-Video, wonach sie mich auch gefragt haben. Und ich bin einfach der Meinung, dass die YouTuber, die das machen, sollten hinterfragt werden. Und eben die YouTuber, die sich so viel Zeit nehmen für einen Test, und dann aber nicht mal innerhalb von Sekunden festgebeißt, sehen, dass sie sich hier eben um ein IPS-Panel und kein Armored-Panel handelt, sehr, sehr fragwürdig. Und dann würde ich mich in Zukunft fragen, ob ich auch bei solchen Kanälen wirklich so viel Wert auf die Meinung legen würde. Und ich will jetzt absolut nicht sagen, ich bin hier frei von Fehlern. Ich mache mehr Fehler als jeder andere. Aber nicht bei sowas Kritischem wie einem Display. Denn wenn jemand sich jetzt das Gerät trotzdem kauft, wenn er sagte, für Leute, die ein super Display haben wollen, können zugreifen und sich dann immer auf ein Armored-Panel freut, der wird hier stark enttäuscht werden. Einfach, weil das nicht der Fall ist. Nicht, weil das Display schlecht ist. Aber ansonsten weiß ich auch nicht mehr, was ich sonst sagen soll. Wie schon gesagt, das Gerät ist eigentlich gar nicht schlecht. Aber nicht ganz ausbalanciert genug für eine echte Empfehlung. Aber ich habe jetzt nicht wirklich ein Problem damit. Mehr weiß ich dazu nicht, was ich sonst sagen soll. Schönes Case ist auch dabei. Wobei das eigentlich gar nicht mal so schlecht funktioniert. Also es ist so ein Durchgeschnittenes. Aber es wirkt sogar recht elegant. Zwei Folien waren sogar noch extra dabei. Okay, dabei soll es belassen sein. Okay, ciao.